Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hochwertige Eiweisse und gute Fette sind lebenswichtig. Sie kommen im Geflügel und im mageren Fleisch vor, aber auch in den Nüsse, Samen und Kernen und natürlich vor allem im Fisch. Hochwertige Eiweisse brauchen vor allem Kinder während dem Wachstum. Als Baustein und zum Aufbau der Körperzellen, fürs Abwehrsystem und zum Steuern des Stoffwechsels. Weil Kinder bekanntlich häufig rechte Fischmuffel sind, greifen die Eltern im Laden besonders oft zu den beliebten Fischstäbeln, Armin. Nicht gegen Fischstäbeln. Ich wusste aber nur ein paar Fischrezepte, die auch bei den Junioren garantiert gut ankommen, Grüezi miteinander. Und was wäre das zum Beispiel? Fischfilet Saint-Pierre mit Gemüse. Und das geht so. Die Fischfilet zwei bis drei Stunden antauen und in Streifen schneiden. Dann mit Zitronensaft und Wurstersauce bestreichen und mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Während dieser Zeit verschiedene Gemüse wie Fenkel, Lauch, Peperoni, Peperoncini, Zwiebeln und Ingwer rüsten und in dünne Scheibchen schneiden oder hobeln. Jetzt Fischfilet im Mai 10 erwenden und im Erdnosell portionenweise auf jeder Seite kurz braten und rausnehmen. Nochmal ein wenig Öl erhitzen und das Gemüse den Reihen anbraten. Mit Sojasauce und wenn Sie Lust haben, mit einem Wermut abschmecken. Den Fisch nochmal zum Gemüse in Wok geben, gut durchwärmen und zusammen mit weissem Reis sofort servieren. Wie immer steht auch das Gericht in der Coop-Zeitung. Danke Armin. Die meisten Fische von Goldstar kommen aus dem hohen Norden, wo saubere Gewässer, schonende Fischerei und schnelle Verarbeitung für frische und Qualität bürgen. Und für Abwechslung auf dem Fischdeller sorgen in unserem Sortiment neben Goldbutt auch Dorsch, Flundern und Lachs, um nur einige aufzuzählen. Neben den tiefkühlten Fischen von Goldstar offeriert in der Coop übrigens in vielen Metzgereien und Tretäure-Aberflächen oder in den mobilen Verkaufseinheiten von unseren Läden auch frische Fische aus nordischen Gewässern. Verschiedene Gründe zum Fischessen haben wir schon gehört. Es gibt aber noch einen weiteren. Alle Frischfische sind diese Woche 20% günstiger. Eine wahre Goldgrube also. Nach Gold gesucht wird seit vielen Jahren im schönen Napfgebiet. Durch das Regenwasser wird aus dem Gestein von den Napfhügel Gold ausgewaschen und in den umliegenden Bachbett abgelagert. Wie viel Gold auf diese Art schon entdeckt worden ist, das wissen wir nicht. Einen anderen Fund aus dem Napfgebiet kann man jetzt aber in unseren Läden machen und das ohne nass zu werden. Es ist ein Kräuterfrischkäse von Coop Naturaplan, hergestellt aus Biomilch und Biokräutern aus dem Luzerner Hinterland. Eigenständig und unvergleichlich im Geschmack unterscheidet sich die Neuheit von anderen Frischkäsen wegen dem Schnittlauch, dem Matschikraut, Isob, der Münze und dem Knoblauch, die ebenfalls in der Napfregion gesammelt, trocknet und für die weitere Verarbeitung gemahlen werden. Am besten entdecken Sie den Kräuterfrischkäse von Coop Naturaplan aus dem Napfgebiet jetzt gerade selber. Es gibt dann nämlich mit Bonuspunkten und Goldwaschen können Sie als anderes Mal dann immer noch. Schon mehr als ein halbes Jahr ist es her, seit wir Coop Supercard eingeführt haben. Und wer fleissig Punkte gesammelt hat, kann jetzt ans Prämie bestellen denken. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ja. Der Böstler hat Ihnen gerade das Pack gebracht, wahrscheinlich von Supercard. Ja, das stimmt. Und, was haben Sie bestellt? Mein Mann hat gerne ein flacher Wäschbrettbuch und darum habe ich ihm das Gerät top bestellt für 5'990 Superpunkte. Sammeln geht weniger lang, als man denkt und mit den zusätzlichen Superpunkten, die es jede Woche gibt, kommt schnell etwas zusammen. Morgen gibt es wieder Gelegenheit zum Sparren und Sammeln. Die Ohlbananen kosten 2,20 Euro. Mit der Supercard gibt es ein Halbweissbrot zum halben Preis. Und beim Kauf von einem Suso Badreiniger mit Nachfüller gibt es 200 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Hier noch ein weiteres Superpunktangebot aus der Importparfümerie. Tabak Aftershave für 48,90 Euro und Sie kommen 1'000 Punkte über. Soviel für heute aus dem GOP-Studio. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020